Welche Möglichkeiten gibt es, reich zu werden? Kian, welche Möglichkeiten gibt es, reich zu werden? Mehr Geld verdienen, mehr Produktivität, bieten etwas Neues, machen, was andere nicht können oder an den Märkten reich zu werden. Sprich, die Märkte sind Player vs. Player. Der wahrscheinlich härteste Player vs. Player-Kampf, den man haben kann, weil man ist alleine gegen den gesamten Markt. Man sagt, alle anderen liegen falsch, ich liege richtig, ich weiß mehr und weiß besser und vorher als die anderen. Das ist unglaublich schwer, aber wenn du jetzt mal reinschaust, unabhängig von den Menschen, die ihr Reichtum geschenkt bekommen haben oder gefunden haben in Form von Öl, die Menschen, die oben in der Liste stehen der reichsten Menschen, haben ihren Reichtum bekommen, weil sie etwas Neues geschaffen haben in einer neuen Entwicklungsbranche, in der Weltindustriebranche, was viele Menschen benutzen und was vielen Menschen in gewisser Form einen Mehrwert bietet oder etwas ersetzt, was vorher schlechter war. Guck Apple an, größtes und teuerstes Unternehmen der Welt. Apple hat mit seinen Produkten einfach so viele Dinge verbessert und einfacher und schöner und nutzertauglicher gemacht. Und das wird immer egal, was für eine Phase wir haben, ob jetzt KI alles übernimmt, ob man KI-basierte Apps hat oder ob man dafür Software macht oder dafür Dinge baut. Solange man etwas Neues bringt und etwas besser macht als alle anderen oder etwas einfacher macht, wird man immer damit reich werden. Und am reichsten wird man natürlich, wenn man, das muss man aber verstehen, am reichsten wird man immer, wenn man vor allem entweder viele Menschen hat, die deine Anwendung oder das, was du bietest, nutzen oder wenn man nah und viel mit dem Geld an sich zu tun hat. Das ist auch etwas, was ich früh verstanden habe. Alles, was so sehr, sehr nah an Geld dran ist, da ist einfach die Rendite von allem, was du machst und jeder Innovation, die du machst, deutlich höher, als wenn du jetzt Dinge machst, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine Innovation für Waschmaschinen. Für Waschmaschinen-Management, wenn du jetzt eine App machst und die ist ganz innovativ, wirst du weniger verdienen, als wenn du etwas Innovatives im Finanzbereich machst. Jo, finde ich sehr gut, wie du das beschrieben hast. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. So dieses Reichwerden ist oftmals etwas, was als End, so als Zustand, ich habe nichts und jetzt kommt dieses Plopp und jetzt bin ich reich. Wie ein Lottogewinn. Das ist eine ganz falsche Vorstellung und die wird euch auch nicht weiterbringen. Reich, was auch immer das für eine Definition ist. Das, was ich vor ein paar Jahren gedacht hätte, was reich ist oder sehr viel verdienen, ist jetzt für mich, wo ich denke, da würde ich depressiv werden, wenn ich nur noch so wenig verdiene. Das ist eine reine Definitionssache. Wo der Kian vor ein paar Jahren stand, ist wahrscheinlich unvorstellbar für ihn gewesen, wo er jetzt steht oder weit entfernt gewesen. Das ist nachher wirklich, was ist eine Definition und vielleicht sind wir für andere Leute, haben wir schon was beiseite, wiederum gibt es andere Leute, da bin ich denen ihr Mittagessen, mehr nicht. Und deswegen schaut wirklich, dass ihr etwas macht, was andere vielleicht auch nicht tun wollen. Innovation ist etwas, was andere noch nicht haben, etwas Neues. Ihr könnt aber auch machen, was andere nicht tun wollen. Ja, du kannst auch als, wenn du ein Reinigungsunternehmen machst und du reinigst irgendwie, ich sage jetzt mal ganz krass Kläranlagen oder du machst etwas wie früher die deutsche Müllabfuhr. Warum haben das so viele Migranten gemacht? Weil es die Deutschen nicht machen wollten. Mache etwas, was andere nicht machen wollen. Mache es besser. Alleine schon etwas besser zu machen, kann dich sehr, sehr reich machen. Deswegen, man muss nicht immer was Neues empfinden. Man muss nicht das Rad neu empfinden. Man muss einfach Dinge besser machen, dranbleiben und auch an sich glauben. Ganz, ganz wichtig.